Jo! Willkommen zurück zu Mario Party auf der Switch. Ähm, ich hab mir jetzt ne Strategie überlegt. Ich mach Buru jetzt einfach Platz. Das will ich sehen. So, weiter geht's. Schauen wir mal. Buru hat immer noch 2 Sterne 51 Münzen. Die Peach, naja, reden wir nicht drüber. Yoshi ist... Wir sind supergut dabei. Und über Valuigi möchte ich auch nicht reden. So! Ich würkle. Weiter geht's. Ich würkle. Es war wirklich ein... Keine 7. Oh Gott, du Himmel. Das darfst du vorher nicht sagen. Ganz einfach. So, ich komm hier was Schönes. Schocki! Ähm... So tut es. Das war... Das war... Für die 7 war das. Meinst du? Ja. Ach du Gott. Guck mal... Die kommt genauso weit mit 3 Würfeln wie du mit einem. Mhm. Die ist halt nicht so gut wie ich. Ja. Das liegt hier. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die kommen nicht. Die kommen nicht. Jetzt in die Nähe von dem Ström. Achja, die Nähe ist gut. Direkt ganz davor. Mal ein Würfel. Wenn ich jetzt so ein Nullwürfel werde, würde, wäre nämlich irgendwie abgeholt. Achja. Ich hab schon auf dich gewartet. Das hat sie mir auch gesagt. Tja. Aber meiner ist wunderschön und glänzt, mein Stern. Weiß ich, das wird dir auch gesagt. Juhu! Ich hab schon zwei. Jaja. Noch. Noch. No. Okay. Ja, hier immer. So. Nein. Nein. Nicht so weit weg. Nein. Da war sie eben auch. Also. Ich hab ihr da einen gekauft. Abgekauft, ja. Mit etwas Glück kannst du einen Stern erhalten. Hä? Hä? Probiert das. Ich probier's gleich aus, dann nimm das. Ich will das grad auch nicht. Ja. Boing. Boing. Boing boing. Wir haben immer noch keine Verbündeten. Nö. Da bin ich. Hä? Achso, er hat nur für was zu nutzen. Oh. Ja, aber shoppen kann er trotzdem. Auf geht's. Ja, genau. Ja, auf geht's! Ja, genau. Ja, genau. Wie soll ich das im Moment aussprechen? Da, wie heißt diese nochmal? Rosa... Rosalina. Ja, Rosalina. Soll ich Rosalina sein? Rosamunde! Das finde ich, ja. Rosalina. Sie ist nicht Rosa, aber sie heißt so. Ja. Oh. Äh. Was ist das? Unentschieden? Spiel? Oh oh. Och ne. Alle gegen einen. Kackendes Duell. Duell. 2 gegen 1. Naja. Möglichst viele Pakete laden. Das kenn ich gar nicht. Du hast ne Drohne? Wie lustig. Mitglieder des 3er-Teams können 2 Pakete auf einmal tragen. Der Einzelspieler kann mit Hilfe der Drohne gegnerisch Pakete klauen. Drohne bewegen. Und wo müssen die Pakete dann hin? Hier auf das Laufband. Ach auf das Band. Ja ok, ganz langsam. Ich glaub du hast es verstanden. Warum kann ich wahrscheinlich... Ich will doch eins noch ausprobieren und zwar... Ah ja, kann ich. Ok. Dann weiß ich nicht, wie ich spielen kann. Wie süß. Das ist echt cool. Mit ner Drohne. Ach, das haben wir noch nicht gespielt. Ich glaub das kriegen wir noch im Einzelspielermodus. Ach klar ist das nur im Einzelspielermodus möglich, weil die hier 1 gegen 3 spielen. Äh, was ist das denn? Äh, was ist das denn? Na jao. Äh, hä? Ah, geht. So geht das nicht, geht doch. Ich steh'n die im Weg. Ich glaub ich bin einfach schneller zu sagen, wenn ich nicht klaue. Wenn ich einfach nur meine Pakete hole. Hast du die Pakete hole? Hast du die vom Laufband oder was? Nee, ich hab eben versucht, 1 von 1 Elis zu klauen. Da, so. Aber die... Nee, du musst die auch bei den Tots dann klauen, oder? Ja, bei den Tots, klar. Aber das ist ja nicht geklaut. Das ist ja einfach so geholt. Ach so, du kannst die auch bei uns klauen. Ich kann ja auch bei euch klauen. Oh, ich hab beide weg. Ja. Ja, aber ich dachte ich... Wir waren direkt auch noch lange schon bei denen. Hä? Nein! Scheiße! Gewonnen! Nee, ich sag's dir. Wenn ich versuche, den Leuten das zu klauen, klappt das nicht, weil die Krippen sich in Krippen rausverstecken. Ach so. Und nachher am Laufband ist es irgendwie schon zu spät. Und dann bin ich da und hab mir kein Paket geholt. Trauriges Funken. Ja, trauriges Funken. Macht nichts. Aber andererseits könnt ihr halt zwei nehmen. Und wenn ich dann da nicht dazwischenfunke, seid ihr viel schneller... Ich hab keine Ahnung. Wut, wut, was klauen. Wird das nix. Ja, unverändert. Nix. Verliert. Und das war zum Erster. Ja. Hast du? Fortsprung. Fortsprung. Äh, so. Ja, ja. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ein Stern. Wo ist der? Da. Da. Och. Och. Okay. Wieso, wieso, wieso... Hab ich jetzt... Hab ich dir was gefragt? Hab ich da irgendwas geklickt? Nee, nee. Doch, da. Vielleicht hast du einen auf Tott-Tipp gedruckt. Genau. Tott-Tipp. Aber da musst du sehen. Ähm, zurück. Ja. Weil dann... Nein. 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 Wirfeln. Nein, nein. Doch, bitte. Fan. Ja, äh, hm, äh. Ich bring einfach ne Runde, weil ich weiß nicht, worum wirfeln. Ich glaub... Vielleicht krieg ich die auch noch. Ah. Wirfeln nicht, was ihr Filmfatz macht. Was? Mit ihr einen Quatsch macht. Ich gewinn einfach am Ende. Was denn sonst? So, da. Fliegen. Och. Ach, du wolltest fliegen, oder was? Ich wollte fliegen, ja. Und automatisch ausgewählt ist nicht fliegen. Ich war... Äh, du warst schnell. Den Text weggeklickt, aber das war gar nicht der Text. Das war nämlich schon die Auswahl. Die, die, die du komplett schenkt, oder? Oder die, die, die du nicht schenkt. Das war voll rein. Was. Was passiert? Was ist immer wie ein Fonnie kann? Ja, also... Es ist ja nicht zufrieden, was wir Ihnen sagen lassen. Ja, das würde nicht zufrieden, wieher wir das in der Frosch konfrontieren werden. Weil wir das in der Frosch konfrontieren. So, ich probiere jetzt dieses Item aus. Also, mit etwas Glück kannst du einen Stern erhalten. Okay. Oh Gott. Aha. Achso. Ich muss aber gar nichts machen. Ich muss jetzt nur springen. Ich konnte das Rad selber nicht anhalten. Das ist ja so. Das war Zufall. Ja, ich war. Sieben, 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 sieben! Ja, so gut. Oh Gott. Du hast echt kein Wurfbegriff. Aber du hast auch ein Feld. Du bist auf jeden Fall weg. Genau. 0 plus 3, ja? Ja. Mindestens. Und wenn du den anderen würfst, dann würfst du sogar 1. Super. Mindestens. Ja, das hat er sicher ausgerufen, dass er eine nächste Würfel ist. Das war jetzt auch schwer. Wie läuft das? Ne, kann er gar nicht. Das war so. Ne, aber ein Turbopilz. Ja, weil ich das ganz größer finde. Naja, kommt drauf an. Ach so, weil du zum Beispiel so einen Bowser-Würfel hast. Ne? Oder den, ne? Wie viel kann er noch machen? Was ist das denn? Ich will drehen. Ich meine auch. Oder so. Ne? So, was haben wir hier? Wohlstand in den Wolken. Münzen-Mini-Spiel. Was ist das denn? Aufgabe. Die meisten Münzen einleiten. Wenn zwei Spieler auf dieselbe Wolke springen, erhalten beide keine Münzen. Wolke ausfällen. Ach so, man muss... Ach so. Ach so. Ah, und weil keiner... Wir hätten ja nie. Okay. Ei, 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 ei. Das wird ja nicht absprechen. Das wird ja nicht absprechen. Das wird hart. Oh, das glaube ich. Oh Gott. Oh, ich wusste nämlich, dass ich auf die Reihe springe. Ja, eben ist da nämlich keiner hingesprungen. Eben. Siehste? Ja, ok. Aber ich dachte, die bleiben dann auf dem Platz stehen. Hä, ich gedacht. Ja, 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 ich bin ja schon schwer. JOOO! Nein! Nicht dein Ernst! Ja, ich hatte kurz überlegt nach unten zu springen, aber dann... Ich hab noch eine... Wie schnell? Ist das Ende? Nein. Uff! 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 Ich hab's gewusst! Ich hätt auch springen sollen, dann hätten wir beide keine gekriegt. Und dann hättest du... Ja, stimmt. Hättest du, glaub ich, noch... Ja, aber wir haben ja die Münzen... Ich hab noch zehn. Aber wir haben ja die Münzen jetzt, glaub ich, bekommen, die... ...erstrungen haben. Wir müssen besser aufpassen. Nur noch drei Münzen. Na, lohnt es sich noch ein Blät, auf die aktuelle Platierung zu werfen? Oh! Ja, es ist okay. Na, na! Uff! Uff! Ist auf Platz eins. Mimimi! Yoshi! Ist auf Platz zwei! Bald auf Platz eins. K-k-k-k-k-k-k Ohnichi! Na, der könnte auch noch gefährlich werden mit seinen Turbo-Pilzen. Und die Peach... Ja, die... Ach! Die kriegt jetzt bestimmt irgendwas geschenkt. Ja, wohl gewinnen wird Yoshi. Gastexperte. Hier ist unser Gastexperte drum. Ich wette, dass Peach gewinnt. Warum kann ich nicht erklären? Ja, mhm. Eine Goldruhe. Hm. Ja, man sieht es aber noch, oder? Ja, also einen Stern wird sie wohl kriegen, weil sie die Ruhe macht. Ah, boah. Ja, aber... Wollen wir noch zwei Sterne? Schock! Das kann die Partie entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich mein's nur. Nee, du solltest mal Vergeisterung, bitte. Ich glaube, dass jeder etwas sagt ist in der Suppe, aber das lässt sich ändern. Ja, super. Und jetzt? Verändert sich die Farbe. Klickwunsch. Hat die Peschel noch schlimmer gemacht. Riesenpeschel. Riesenpeschel. Ja, beginne nicht. Daraus sollte man auf keinen Fall landen. Ob's dir gefällt oder nicht. Die letzten drei Runden stehen an. Okay. Aber die hat jetzt nichts von zwei Sterne gesagt. Ich glaube, es wird immer noch einer. Ja, genau. Dann ist das wohl ein Unterschied zwischen Teams. Ja. Riesenpeschel. Wie? Wo ist das? Kann doch nicht sein. Stern, Stern macht keinen Unterschied. Oder? So, was macht der? Naja, entweder landest du auf dem Feld oder auf dem Welt. Also die rot eingekreisten sind die, die du erreichst, wenn je nachdem welchen Weg du läufst. Achso, das ist noch ein Unterschied. Okay. Ja, ich hab schon wieder die roten Ringe ignoriert, die da blinken und leuchten. Und welcher ist welcher? Ich muss zählen. Wie viel hab ich? Sechs. Eins, zwei, drei, vier, vier. Ja. Na? Na? Jetzt macht er auch noch den Weg frei. Ja, wir machen den Weg frei. Hä? Jetzt mach mal ne Werbung. Kann gut sein. Kann gut sein. Oh Gott, sie kriegt noch einen. Ohne, 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 Ohne. Ja. Den kriegt sie Ohne und den danach kriegt sie dann wahrscheinlich mit, wenn nicht einer von uns schneller ist. Hm. Sterne. Sterne halt. Sterne halt. Oh, viel geändert hat sich nicht. Naja. 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 Ich hab... Naja. Ich hab... Naja. Ich hab ihr noch nicht mal die roten Rimmel gesehen. Naja. 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 Wann", eh? Er hat da ja richtig zum Pastor, aber... Ist der schon schlecht. Naja. Irgendwie so. Beides. Dann ist es Zeit den nächsten Stern irgendwo hinzupflanzen. Ja klar jetzt wo ich runter gelaufen bin, geht es wieder hoch, natürlich. Ja ich glaube da kommen wir aber nicht mehr hin wo eine Runde grün. Ich mein, das ist jetzt Runde 8 und 2. Dann wird noch eine Runde morgen. Und kriegt noch. Ne, ich muss nicht max 3, der muss eine abgeben. Was kann sein? Oder 4? Oh, der hat den 10er Würfel. Genau. Wo die Schelfe? Ja, mit Bowser hat er mit. Er muss anscheinend keinen abgeben. Diesen. Ich glaube man kann 4 verbunden zu haben und dann... Ich weiß es nicht. Nicht dabei sein ist alles. Nicht dabei sein ist alles, okay. Herausfinden welcher Charakter fehlt. Was fehlt? So, einige Charaktere sehen sich von der Form und den Farben her sehr ähnlich. Lass dich nicht durcheinander bringen. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Ja, okay. Das fehlt. Hey, irgendwann... Ja, du kriegst 8 zusammen gewürfelt und werden 3 angezeigt und von den 3 musst du den auswählen, der oben nicht dabei ist. Ja, okay. Okay. Ach man, ich seh es nicht. Keine Ahnung. Der da. Ey, der da. Ja. Ja, ich... Ja, ich mach gesnallt. Auch wenn es schwierig ist. Oh nein. Oh. Kannst du nicht die Witze an meinem Satz. Und rot. Und rot. Der fehlt. Äh... Der da. Oh! Oh! Wieso hab ich den nicht gedrückt? Wieso ist das aber super? Ja, ich hab irgendwie auf U abge... Ich weiß auch nicht. Ich bin doch Yoshi. Du bist Yoshi. Ich bin Moko. Scheiße! Darf ich noch umändern? Ich weiß nicht, ich hab's geht. Versuch. Nee, kann ich nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Wenn bitte. Nee, ich hab schon rausgeweht. Okay. Ah, kacke. Letzte Runde. Oh Gott. Letzte Runde schon. Komm mal schnell. Ähm... Was? Ja, der, oder? Mhm. Mhm. Also das war jetzt aber auch... Äh... Letzte fand ich irgendwie ein bisschen... Rigi. Come on! Come on! Juhu! Juhu, juhu! Boah, der Augenringe. Wer? Die Waluigi. Ist ja Waluigi. Das Böse bleibt nie. Aber die Augenringe sind hellblau. Das ist total komisch. Vielleicht ist es auch... Mädchen? Hm? Unten? Das machen manche. Jeder, wie er will, ne? Ja. So fängt. Ja, mit Buchen gesetzt. Keine E-Bimmel so. Ja, nee, hab ich nicht. Fällt ja bis zum Stern 26. Ich bin 20. Boah. Das ist weit. Das ist weit. Ich komm da nicht mehr hin. Ich mein... Ja, das mach ich. Weil in die Richtung... Was ist da? Nix. Nein, nein, nein. Oh, Rundreise ist da. No. Uh, die Dank ist vorbei. Ja, aber automatisch ausprobiert ist doch Zahlen. Den hab ich dann eben nicht zahlen gehabt. Mal sehen. Kleine Abkürzung. Aber ich lande auf dem da. Und ich bin mit dem da. Wahrscheinlich jetzt so in der letzten Runde. Dann mit der Ehrchen. Nein. Vielleicht kriegst du eine... Oh, nein! 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 Ja. Ach ja, klar. Kurz vor Schluss kriegst du dann natürlich auch noch so einen. Sag ich doch. Maulwurst, Maulwurst, Maulwurst. Ähm, weißt du? Ja, Maulwurst. Aha. Offen. Mini-Bowser. Mini-Bowser. Auf diesen Moment habe ich die Ewigkeiten gewartet. Daumen, Sterne. 1, 1, 1, 4, 4, 9. Zumindest keine Null dabei und keine Minusmünze. Ja. 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 Er kriegt jetzt noch einen und dann kriegt's am Ende noch einen. Ja, aber Moment. Maulwurst. Maulwurst. Ja. Kann sie auch noch. Ja, dann kann sie aber... In der letzten Runde. In der letzten Runde. Könnte sie es immer noch... Uuuuuh. Ich würde ja schon gerne wissen, was auf so einem riesen Pechfeld passiert, ne? Aber nicht bei mir, also... Wir anderen. Alle anderen. Alle Maulwurst. Monty Maulwurst. Nan... I. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Jawohl, jawohl. Ich hab 5 und... Ich könnte mir 5 Sterne leisten. Und so ist mir 5. Ich könnt mir auch 5 Sterne leisten. Du hast auf meinen Stand geguckt. Du kannst ja 7 Sterne leisten. Ich kann mir 7 Sterne... Ich hab sieben gemeint, aber fünfmal gesagt. Ähm... Ne... Geh ich schon mal auch her. Wenn ich in der letzten Runde noch ein Eisern hab... Vielleicht ist es noch ein goldener Roller? Nein! Juhu! Hat der Schrift, ja. Ich hab noch immer die gleichen Landefelder, oder? Oha! Eieieie! Du kannst dir nichts leisten! Hm... Der hat zwei Sterne, ne? Ja, aber nur sieben Menschen. Aber ich hab nur einen Stern. Oh! Ja, du brauchst noch einen Stern. Das ist jetzt blöd. Kein kleiner Fisch. Kleiner Hei... Äh, Aufgabe! Da Angeln muss am stärksten vibriert, und du bekommst nur eine Chance noch zu sehen. Okay. Ah, ja. Verstanden. Tja! Ohoho! Wo ist am stärksten vibriert? Das ist ja auch immer so ein Lose. Ja, das ist rausgefahren, ne? Na, da glaub ich du hier hin. Ähh... Äh... Äh... Die Warte hat nicht kurz rein, ne? Äh... Äh... Ja, die Angeln auch da, wo nichts ist. Ja, die waren beide Kürze. Äh... 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 Ähh... Nur eine Runde? Guck mal! Ähh... 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 Kann ich auch gar nicht so schlecht achten, dass wir gedacht haben, dass die relativ kurz sind. Mist. So ein Mist. Ich hab 49 Münzen angenommen. Mit der Kamera kommst du irgendwie nicht auf dem Sternfeld. Ich muss aber noch auf dem Sternfeld kommen. Ich muss! Du kannst auch einen anderen Würfel verwenden. Das hab ich die ganze Zeit gesagt. Nee, du kannst ja jetzt auch den vom Mini-Bowler oder Junior benutzen. Ja, weil ich nur ein bisschen was rauskomme. Oh, nee! Das war eigentlich der nächste Runde. So muss ich den hier. So will ich ihn noch nicht aufsehen. Ich bin noch nicht aufgerufen. Ich bin so bubbles... Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Niiiinninnnnnnnnnnnnnnnnnn! Dan gibt es nur einen sketch. Nein! Hey! Abgezockt! Sterne! Ich versprachlos. Ich komm jetzt auf ein Klaufeld und dann... Und dann? Ja, super. Super Idee. Soll das. Warte, toll. Das ist jetzt aber noch nicht. Der ist als erstes, wie er es schafft. Die Peach schafft er jetzt noch. Halt ihn ruhig. Lack ihn ruhig! Oh Gott! Ja! Ja! Auch das noch. Ähm... Ja, ja, zwei. Her damit. Wobei, ich könnte eigentlich den Peach klauen. Aber ich ruhig dich ein. Aber das entscheidend ist. Super! Schon war das nicht geplant. Ja! Doch, doch! Genau so! Nein! Genau so! Nicht einfach! Nein! Doch! Die Gugu ist in Führung! Was ganz Neues! Ah! Riesenpech, ey! So! Haltet ein Skelett an! Ein Skelett? Du verlierst einen Stern? Hm, okay. Aber das ist eigentlich eins nicht so schlimm. Nein Güte, da hab ich halt keine Müssen mehr. Du willst doch einen Stern verlieren können. Ja, dann hätt ich halt 3. Dann hätt ich halt 3. Nein! Ja gut, das war jetzt klar. Vielleicht mit meinem Vorsprung war das jetzt einfach alles ganz schlimm. Okay, okay. Und jetzt weißt du auch, was passiert, wenn du auf ein Riesenpechfeld kommst. Du könntest eigentlich der von ja. Ich weiß nicht, ob das immer dasselbe ist. Hm, wahrscheinlich eher ähnlich. Ja. Also schlimmer als ein Stern wird es wahrscheinlich nicht werden. Hm, das weiß ich nicht. Ne? Ja, schön. Glückwunsch. Ich fand es viel lustiger. Ja. Und dann kannst du sie ja tatsächlich aussuchen, wo du liegst. Und bist du in die ganze Terminie gefolgt. Hm, ja. Ich war ein bisschen flexibel. Und darf man die Kissen in der Mitte eventuell erreichen können. Oh! 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 Oh, Windad begun.... Oh! Ja genau, geht noch einkaufen. Alle Items sind leider ausverkäっちnd. haul! Oh, denn die letzten Rote macht es auch keinen R Tabii. So recht customers! Hätte da jetzt gestanden, du hättest einen Stern, ne? Ich glaube, dann wäre es leider ein kleines bisschen ausgerissen. Ja, komm, nichts mehr zu verlieren jetzt. Wie weit ist es denn bis zum Stern? Der ist ungefähr auf der anderen Seite. Der ist ungefähr drei Kilometer weg. Hinter dir halt, ne? Ja. Ah, 21 Schmelderbesuch, ja gut, das hab ich jetzt nicht mehr. So, dann? Mal hin, die Hälfte davon hast du. Auf ein anderes Mal wieder. Auf hier. Du kannst den anderen auch nicht trampeln und den Lüten klauen. Du schubst ihn nur beiseite. Du kannst das jemals, das kannst du selbst auch nichts mehr. Dann transportiere ich dich irgendwo hin. Nee. Das wäre ja nur zu gut. Das wäre nur zu gut, weiter weg vom Stern. So gut. Hm. Ja. Ja. Okay. Das ist toll, das hat er mir geschenkt. Okay. Der kommt jetzt nicht noch dahin. Nee. Aber nur ganz knapp. Ja. Beifeld er weiter. Das ist sogar noch zwei. Moment. Das letzte Minispiel. Gesicht? Ja, greifbar. Oh nein! Gesicht? Ah! Okay, Aufgabe, Gesichter verfolgt. Ein Spieler steuert die Bewegungen nach links und rechts und einer nach vorne und hinten. Oh ne, ich muss mit Waluigi zusammen! Ja, mit einem Nichtspieler, das kann ja sein. Und das nächste Mal machen wir die irgendwann mal mit... Teams. Erstens das. Das nächste Mal. Und zweitens können wir die noch eine Stufe. Ja, das kann man machen, oder? Ja. Ne? Wir sind jetzt auf Stark, jetzt ist es auf Stufe Stark. Hey, wo bin ich? Ach, da bin ich. Hallo, geh doch mal ein bisschen runter! Geh doch mal ein bisschen nach... Ja, nicht so weit! Oh, oh! Oh mein Gott! Was war das? Nein, wo will er denn hin? Gehst du jetzt nach... Gehst du? Ja, rechts! Ja, rechts! Ja, rechts! Hallo! Was ist das denn? Ey, guck, die ist an bei uns. Das ist ja... Also das ist ja so befreundlich. Geh doch noch ein bisschen rüber! Ja, 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 ja! Um Gottes Willen! Oh, 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 oh! Ich glaub das ist... Mhhhhh! Ja? Ja! Eurer Shield und raus in die Club! Oh, schön! Oh Gott, das ist weg! Okay! Ich habe mich mit den Spielenden Majos eher gewünscht als zu gucken, Mario. Jaaa! Alle Runden sind beendet! Dann ist es Zeit, dann ergehen wir es zurück in die Club! Kennen wir das nicht sowieso schon? Es gibt ja auch die Esschluss-Termine. Ach, oh Gott, ja. Ich muss immer noch was kriegen. Oh, was? Ja, hau. Dann gehen wir mal durch. Es gibt irgendwie einen Stern für jeden Bonus. Oh je. Der erste Bonus, der vergeben wird. Gruppen-Gruppen-Bonus? Der die meisten Verbündeten hat. Ja, das äh... Das war nicht wir. Das dürfte war die Übliche Sache. Ja! Juhu! Da stehen auch alle Zappen hinten. Der zweite Bonus ist der Trödelb... Geht an dich. Was? Oh, weil du am Anfang gefühlt hast. Der die wenigsten Felder getrogen ist. Ja, das sind doch. Ja? Sag ich doch. Ja. Ach, 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 ach. Wer hat einen Molz? Hab ich noch. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Na gut. Na gut. Das ist tatsächlich eine Farbe, die ich weniger mag. Das ist hellblau. Ja. Manchmal hab ich so einen Tick, dann hol ich mir was Großes. Wie beim Plastik an meiner Haushaltsleiter. Siehst du? Also. Vier Sterne. Zwei. 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 Na ja, gut. Ich hab gewonnen. Das nächste Mal gewinn ich aber. Tschüss! Zwei. 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 Zwei.